Bei dieser Aktion geht es darum, Menschen einfach noch einmal einen wunderschönen Tag zu ermöglichen, der vielleicht einen Lebenstraum beinhaltet oder einen Ort, an dem sie als Kind waren und wo sie das Gefühl haben, den können sie nicht mehr erreichen, eben das Unerreichbare erreichbar machen. Das Projekt möchte es eralten, sehr gebrechliche Menschen sowie unheilbar Kranken, gleich welchen Alters, einen letzten Herzenswunsch erfüllen, den sie sich aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln nicht erfüllen können. Vor allem für mich als jungen Menschen ist es das Besondere, dass man noch einmal älteren und kranken Menschen, dass man sie begleitet auf diesem Weg und dass man bei einem Projekt dabei ist, wo man wirklich merkt, dass die Menschen einfach voller Freude sind und einen auch daran teilhaben lassen, das mit einem Teilen und man einfach zusammen einen wunderschönen Tag auch erleben kann. Je mehr sie spenden, desto mehr können wir helfen und wir können helfen für in einer Weise, die sonst in der heutigen Zeit, wo alles so zeitknapp ist, intensiver vor sich gehen kann, für den Patienten, für den Mitmenschen mehr Zeit bleibt und wir dadurch sozusagen wirklich nachhaltig helfen können. Mein Lieblingsart ist Gronsalsee. Ich würde so gern wieder einmal hinfahren. Ich war schon ewig nicht da. Oh, sind die süß, da wie sie streicheln. Bringt ihr mich da hin, wenn ihr mir das erfüllt? Das ist ja eine urcoole Riesenachterbahn. Ich war noch nie auf einer so großen. Ich würde so gern noch einmal nach Haus, aber es ist halt so weit weg. Das ist ja eine suche Sch generating ход. Ja, genau.